Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Ähm, jo. Ähm, zu Gala, äh, guter Allererst, ähm, sorry. So, okay. Ähm, ja, wir sind stehenbleiben vor dem Endgegner. Vor einem Bossgegner auf jeden Fall. Nicht der Endgegner, das will ich nicht sagen. Ähm, ja. Ähm, ja, ich glaube, ihr müsst alle die letzte Episode gesehen haben. Wenn nicht, egal, jetzt auf jeden Fall Bosskampf. Ja. Ja, wir wissen jetzt schon, wie das ungefähr abläuft. Also, schauen wir mal, wie wir es jetzt zu ihm bekommen. Krieg's einfach nicht, ne? Pssst, wie ist es? Ah, schau, schau. Ähm, ich versuch trotzdem Spaß an, mit der Munio aufzugehen. Ähm, weil ich ja... Ja, trotzdem, obwohl ich jetzt gekauft hab. Sehr gut. Und... Und... Tag, kann man sich drauf machen. Tag, kann man sich drauf machen. Das scheint ihm zu schaden, weil ich halt nur damit verbrauche. Ja, du scheinen auf jeden Fall zu schaden. Gut, äh, das ist eine gute Session, wenn wir uns nicht in Kontakt mit ihm haben. Oh man, wachs So Planen klingt ein bisschen komisch Pacht, das hat uns So, jetzt haben wir ihn Oh, da ist er So Ah, klar, genau Das ist ein Puff So Äh, also Ich glaube, ich habe keine Waffe bekommen Okay Okay Oh, das ist reingeklis knapsig Ich habe das Fühlt noch ein bisschen nach So So Okay Ich weiß nicht, ob er einfach was soll Ich schiesse ein bisschen Oder muss ich nicht mehr wegprobieren Was ist damit Ich weiß nicht, ob er einfach was soll Ich schiesse ein bisschen oder muss ich nicht mehr wegprobieren Schöne Dreht Verdammt Ehh Doch, kommt zwei Mann Äh, halt Das ist gut. Das ist schon ein Herz. Jetzt kommt die Namen der Renata. Scheiße. Jo. Passt. Perfekt. Ich hätte den immer weiter gewusst was wir nach dem gemacht hätten, ne? Isaac! Du hast es geschafft! Hammond! Hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich! Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notrufer absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung wie lange die Tür halten wird. So. Nicht einmal einen Keks haben wir bekommen. Schauen wir mal was da noch so für Sachen rumliegen. Medipack auf jeden Fall. Ich kann diese Gravitationskacke hier nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie kenne ich mich dort nirgendwo mehr aus. Wo was ist und so. No... Ah... Nein. Vergiss, es gehen wir. So, also wie schaut's aus? Da haben wir noch vier Schüsse von der Laser-Kanone. Wow. Das ist viel. Da haben wir vier Schüsse. Die ist nicht so viel. Da haben wir gar keinen Schuss. Und da haben wir... Auch keinen Schuss. Okay. Gut, dann bleiben wir bei der, weil die ein bisschen schneller ist, falls die kleine Gegner kommen oder so. Gut, ähm... Müssen wir uns jetzt schon wieder Minikaufe? Ich glaube schon. Wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, kaufen wir uns mal etwas. Ah, mir fällt da schon wieder was ein. Einen Moment bitte. Äh, Gott, das wird das... So, schauen wir mal. 6.000 haben wir nur. Naja, jetzt wird wieder wichtiger, ein bisschen Plasma-Energie auf jeden Fall. Ich kaufe uns zwei Magazine. Ähm, so. Zack, zack. Zack, ich stelle gerade nebenbei den Timer wieder ein, den ich wieder mal vergessen habe. Ähm, der Part könnte dann wieder jetzt etwas länger werden. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Parts davor waren und so, aber auf jeden Fall ist er jetzt wieder eingestellt. Fuck, ich komme durcheinander. Aber wie es ja ohne dem, kann schon mal sein, dass ich einen halben Stunden Part mache und da übertreibe ich jetzt wirklich nichts. Weil das fällt mir sowas von überhaupt nie ein. Äh, und deswegen muss das irgendwie sein. Äh... So, haben wir schon alles gekauft. Minecraft-Anfänger und so. Ähm, na gut. So. Dann haben wir jetzt wieder 25. Oder wie ich damals gesagt habe, Minecraft. Das habe ich hier richtig lange gesagt. Sicher zwei Jahre oder so. Oder ein Jahr. Minecraft. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf das gekommen bin, aber ja. Boah, groß. Mittel, mittel. Zum Glück verbraucht er zuerst die Kleinen, wenn man auf automatisch tut, weil das mag ich, wenn er zuerst die Kleinen verbraucht und nicht sofort die Großen. Weil, in jedem anderen Spiel ist es, also in denen, wo ich kenne, wo es so eine Funktion circa genauso gibt, ist immer so, er verbraucht immer zuerst die Großen. Ach, wir gehen jetzt ins nächste Kapitel, oder wir fahren ins nächste Kapitel, sagen wir es so. Boah, ich bin schon gespannt, was jetzt kommt. Und, also in jedem System ist es so. Fuck, Mann, es ist 4 Uhr. Was mache ich? Ähm, gut. Gefahr für die Umwelt, fertig. Fortschritt speichern. Habe ich jetzt, ja, drückt, okay. Ähm, so. Sehr schön. Kapitel 4, ins Leere. Ins Leere? Was könnten damit gemeint sein? Da lassen wir uns mal überraschen. Ich hab's ja schon so ein paar Ahnungen, aber die will ich jetzt nicht sagen, weil sie falsch sein könnten. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier auszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Ja, aber sie hat irgendwie recht. Immer gibt's irgendein fucking Problem, ne? Und ja. Ich bin in einer Key-Knoten da versteckt. Gibt's eine Bergbank? Ich glaub schon, was ich jetzt gesehen hab. Ja. Bergbank. Sehr schön. Jetzt haben wir sicher vier Energie-Knoten oder so. Ja, wir haben vier. Ich möchte gerne mal den Rigger-Bisschen upgraden, dass wir mehr Treffer-Punkte erleiden können. Es kommt drei Knoten, ist das teuer. Und beim Plasma-Knoten, wenn wir den verstärken, können wir die Nachlade-Geschwindigkeit schneller machen. Ja, da machen wir lieber... Oder... ...Strahl-Kanone sowieso nicht. Reichweite, Energie, Dauer... Ah, machen wir mal auf mehr Treffer-Punkte, dass wir... 25, ja, hört sich nicht schlecht an. Gut. Weil wenn wir das so hingeben... Ja, dann geht das natürlich nicht. So wie jetzt. Das heißt, äh, wir halten jetzt allgemein mehr aus, um... 125 Prozent. Wie siehst du das hier eigentlich? Sind das... Ich verstehe gerade nicht, was das hier ist, aber ja. Ähm... Okay. So. Ähm... Ich weiß jetzt schon, was ich verkaufe. Nämlich Medipack-Groß 5000. Hm. Na gut. Ich hab dachte, ich krieg den Kaufspreis für den Medipack-Groß, weil der ist 10.000 wert. Aber wenn ich nicht den Kaufspreis kriegt, ähm... Ist mir eigentlich auch egal. Aber kaufen können wir trotzdem was, denn ich glaube, wir haben eh schon wieder ein bisschen Geld und so. Glaube ich. Ähm... Na, wir haben nicht einmal so viel Geld, ähm... Trotzdem ein bisschen Plasma-Energie immer. Das waren nur sechs Schuss, aber... Haben wir eh gesehen. Manchmal geht sich wirklich alles einfach nur vom letzten Schuss aus, und da ist sowas schon ein bisschen wichtig. Wie ein Ruhfecht. Wie ein Ruhfecht. Also den Aufzug. Aus irgendeinem Grund ist das Schürf Unterdeck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Bist du tot? Ja, Mann. Deckverarbeitung B, was? Ja... Moment mal. Ja, fahr mal einfach einen Stock runter. Da. Vielleicht noch wer kommen? So. Hör auf! Das war sarkastisch gemeint. Das war sarkastisch. Das war sarkastisch. Ich hab Elisabeth gefunden. Aber in dieser Gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich! Wir müssen einen Sender finden! Es muss hier irgendwo einer sein! Es muss hier irgendwo einer sein! Ich hab noch einen Sender! Oder viel! Oder viel! So ne kacke! So, ich mach mal. Fuck! Okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, das war's Leute. Perfekter Ende für ein Part, würde ich sagen. Anscheinend werde ich hier dazu verdonnert, noch eine Episode hier aufzunehmen. Also sehen wir uns auf jeden Fall sowieso in der nächsten Episode. Da gab kein Sinn und so. Na gut, auf jeden Fall, ich hoffe ihr hattet Spaß wieder. Ähm, hoffe ich. Und, ja. Also, tschüssi!